Moin Moin und hallo! Babu hat mir wieder etwas geschickt und heute etwas für die Männer da draußen. Oh ja, C-Plus Maxi-Pack mit 60 Kapseln sind am Start. Es ist ein Supplement für den Mann. Reich an natürlichen Zutaten und made in Germany. Wir haben hier ein hochwertiges Supplement für die Männerwelt. Was ist ein Supplement? Ein Supplement ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was uns, vor allen Dingen in der Männerwelt, halt etwas vorteilhaft bekommen kann. Die konzentrierte Kraft für uns Männchen, für einen aktiveren Lebensstil. Es enthält viele natürliche Zutaten, ist demzufolge kein Chemiebomber. Unter anderem mit L-Arginin, Macapulver und Traubenkern-Extrakt. Und es ist sehr easy in der Einnahme. Es wurde in Deutschland hergestellt, wir haben hier 60 Kapseln drin. Das reicht für 30 Anwendungen. Gehen wir die Zutaten mal durch. Das Erste, was auffällt, ist L-Arginin. Wofür ist das? Es ist für den Muskelaufbau und für unsere Potenz da. In Sportlerkreisen ist es natürlich schon lange kein Thema mehr, denn es ist bekannt, dass die Aminosäure L- Al-Arginin innerhalb kürzester Zeit eine merkliche Leistungssteigerung mit sich bringt. Nicht nur in der Sporthalle und im Fitnessstudio, sondern auch im Bett. Denn Al-Arginin fördert den Muskelaufbau und die Fettverbrennung. Und es sorgt zusätzlich für eine bessere Durchblutung. Die benötigte Sauerstoffmenge sinkt und unser Leistungsniveau steigt. Yeah! Aber nicht nur das L-Arginin ist drin. Wir haben auch das gute alte Maca-Pulver. Das hat einen hohen Nährwert und wertvolle Inhaltsstoffe. Diese besagte Maca-Freundin, das ist das Viagra der Natur. Das ist ein pflanzliches Aphrodisiakum. Ja, Aphrodisiakums sind sehr sinnvoll für uns, denn es ist gut für unsere Potenz und Fruchtbarkeit und für die Libido. Dann haben wir Trauben-Kernextrakt. Da steckt OPC drinne und damit ein äußerst hilfreiche Substantien. OPC ist ein Antioxidant. Es ist sehr wirksam aus der Pflanze und gleichzeitig spezialisiert für das ganz bestimmte Körperbereiche von uns Männerchens. Denn OPC wirkt insbesondere auf die Haut, die Augen, das Haar und sowie auf unser Immunsystem. Das bedeutet, OPC haut uns richtig in die Gesundheit positiv rein. Dann haben wir noch L-Citrullin drinne. Das ist auch wieder eine Aminosäure, zu dem direkt an der Ausscheidung des Harnstoffes Beteiligung befindet. In Citrullin verringert dadurch die Erschöpfung und Ermüdungszustände beim Trainieren und sorgt dafür, dass unsere Muskulatur nicht übersäuert. Wir können dadurch länger, ausdauernder trainieren und noch mehr Sätze und Wiederholungen bewältigen. Dann ist noch Zink drinne. Zink ist ein lebensnotwendiges Spurenelement. Es kommt etwa in Haut, Haaren, Knochen, Augen, Leber und in den männlichen Fortpflanzungsorganen vor. Der Körper kann das Spurenelement nicht selber produzieren und auch nur kurzzeitig sehr viel oder geringe Mengen davon speichern. Das heißt also, wenn wir diese Substanzen uns auch noch hinzufügen, in Form eines Nahrungsergänzungsmittels, dann kann es uns doch nach vorne pushen. Mit dem C-Plus-Kapseln bekommen wir ein hochwertiges Supplement für den aktiven Mann. Dabei kommt es mit vielen natürlichen Zutaten wie Mackerpulver, Trauben, Kernextrakt oder auch L-Arginin daher. Das macht es besonders schonend und verträglich. Die Anwendung ist sehr simpel. Wir sollten die Einnahme dosieren auf zwei Kapseln am Tag. Für das beste Ergebnis sollten wir diese Kapsel ca. eine Stunde vor einer sexuellen Aktivität einnehmen. Wir sollten nicht überdosieren. Das gilt ja immer. Und die Zutatenliste in diesen Kapseln ist überschaubar. L-Arginin, L-Citruin, Mackerpulver, dann ist noch etwas Gelatine drin, Traubenkernextrakt, Zink, Zitrate. Das war's schon. Und damit können wir unseren Mann besser stehen. Das Supplement für den aktiven und konzentrierten Mann. Ja. C-Plus-Maxipack bekommt ihr in der Beschreibung direkt bei Babu. Babu selber ist ein großer Anbieter von diversen, nice Artikeln im Internet. Und dieses C-Plus-Maxipack ist eins von der großen Auswahl dort, was ihr euch holen könnt. Es ist made in Germany. Es ist reich an natürlichen Zutaten. Es ist ein Supplement für die Männerwelt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun 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 Sun